Wie schnell die Leute nachdenken. Rainer, kannst du dich was fragen, ohne dass du mich bannst? Bitte was? Ja, du denkst jetzt, ich würde dich trollen, aber ich wollte schon mal was fragen, so sehr längerer Zeit eigentlich. Aber ich denke halt, du bannst... Soll ich raten? Soll ich raten, was jetzt ist? Ja, okay, raten wir. Was war das? Ja, ich hätte jetzt eine Beleidigung getippt. Weil das war jetzt nämlich die letzten zwei Mal auch eine Fall. Darf ich was fragen? Ja, ich... Ja, ich gucke schon länger deinen YouTube-Channel und so. Und ich habe mich gefragt, was du denn als Kind werden wolltest. Was? Keine Ahnung. Ob du gedacht hast, als Kind so... Ja, also als du YouTube gesehen hast, so... Ja, ich will mal YouTuber werden, oder... Als ich ein Kind war, gab es kein YouTube. Ja, als du das so entdeckt hast und so. YouTube kam erst raus, oder wurde erst gemacht, als ich schon ein Teenie war. Und damals war das noch so unbekannt und noch so dingsig. Der Großteil von den YouTubern, die heute bekannt sind, die haben ja wann angefangen? 2006? 2006 war ich schon 17. Und bin ich 17 geworden in dem Jahr. Was wolltest du davon? Es gab keinen Beruf, den ich haben wollte oder den ich machen wollte. Ich wollte einfach das machen, worauf ich Bock habe. Natürlich kann man davon nicht leben. Ich habe viele Jahre auch ganz normal gearbeitet, bevor es YouTube gab. Ich habe eigentlich fast jeden Job gemacht, den ich als ungelernte Kraft und ohne Abitur und sonst nicht im Scheißdreck... Entschuldigung, wieder abgüllen. Jedenfalls, wie auch immer, ich habe fast jeden Job gemacht, den man machen kann, wenn man keine gelernte Kraft ist oder keine Fachkraft ist. Von wirklich Scheiße wegputzen, und ich meine das im wörtlichen Sinne, von Scheiße wegputzen über wirklich schwerste Knochenarbeit. Den ganzen Tag, dass wenn du heimkommst, einfach nur noch tot umfällst und am nächsten Tag der Wecker klingelt und denkst einfach nur noch, what the fuck? Und du musst wieder auf Arbeit, und das habe ich auch oft lang genug gemacht. Und ich arbeite, und ich arbeite seit ich zehn Jahre alt bin. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, beziehungsweise wir hatten zwar keinen Bauernhof mehr, aber bei uns gibt es immer was zu tun. Oder es gab auch immer was zu tun. Und ich arbeite wirklich seit ich zehn Jahre alt bin, tatsächlich. Und ich habe wahrscheinlich schon mehr in meinem Leben gearbeitet als die Mehrheit der Leute, die mich hier immer so dumm darstellt. Also es gab wirklich keinen Beruf eigentlich. Ich wollte, ich kann aber so viel sagen, ich wollte niemals das sein, was ich jetzt bin. Ich bin das nicht, was den Bekanntheitsgrad angeht. Also inwiefern, du wolltest nicht von allen Geld? Ich wollte nicht bekannt werden. Ich wollte nicht bekannt werden, weil, ich habe das, in letzter Zeit habe ich das Argument öfter mal vorgebracht. Ich wollte nicht bekannt werden, einfach deswegen, weil ich mitbekommen habe, durch, damals war ja DSDS ziemlich groß, als ich in der Schule war und alles im Fernsehen, und ich habe damals ein paar Sachen mitbekommen, was dann die Leute machen. Oder auch bei Tokio Hotel, wie die Leute einfach abgehen und einfach, wie krank das teilweise wirklich ist, was da abgeht. Und deswegen habe ich immer mir geschworen, Geld verdienen, ja, auch viel Geld verdienen, ganz klar. Das will ja, glaube ich, eh irgendwie jeder. Aber nie und nimmer so bekannt sein, dass dich jeder Schwanz auf dieser Welt kennt. War das jetzt eigentlich eine Beleidigung in dem Sinne? Eigentlich nicht, ne? War jetzt eher umgangssprachlich wahrscheinlich. Dass nämlich jeder Mensch auf diesem Planeten kennt. Weil ich gesagt habe, Schwanz. Achso, ne. In dem Sinne keine Beleidigung, glaube ich. Das ist bayerisch. Fränkisch. Ja, fränkisch. Also bist du unzufrieden mit deinem YouTube-Kanal, mit dem Erfolg, den du hast? Ne. In gewisser Weise nicht. Man gewöhnt sich ja dran. Also ich habe mich ja... Die Sache ist ja die... Du weißt ja nie, was du wirklich mal wirst, wenn du später... Wenn du arbeitest und alles. Und wenn du später unterwegs bist und klar. In der Schulzeit. Es gibt... Ich versuche, mein Leben so zu führen. Das habe ich ja schon oft genug gesagt auch. Ich versuche, mein Leben so zu führen, damit ich, wenn ich später mal zurückblicke oder sterbe, nichts zu bereuen habe. Tatsächlich gibt es in meinem Leben nur wenige Sachen, die ich wirklich bereue. Und wirklich ernsthaft bereue, die ich wirklich gerne geändert hätte, wenn ich könnte. Auch wenn ich nichts ändern würde, wenn ich es könnte, tatsächlich. Weil ich dann nicht der wäre, der ich jetzt bin. Worauf ich hinaus will ist, ich bin der Meinung, dass meine Schulzeit hätte anders laufen können. Nicht wegen dem Hate oder so, sondern einfach so in Bezug auf jemanden kennenlernen, so die erste Liebe und so weiter. Also wirklich so in Bezug auf Liebe und so weiter und Romantik und sowas. Weil ich habe sowas ja nicht gehabt. Also so eine Schulromanze oder sowas habe ich ja nicht gehabt tatsächlich. Ich habe zwar eine Freundin gehabt in der Schule, meine einzige Freundin, die ich je hatte. Aber wir waren ja nicht zusammen in der Schule. Wir waren ja tatsächlich sogar... Wir haben uns nur ein einziges Wochenende gesehen. Daraufhin sind wir zusammengekommen und haben uns ja dann nach fast einem halben Jahr, Jahr getrennt tatsächlich. Weil wir uns einfach nicht gesehen haben, weil die einfach zu weit weg gewohnt hat. Die hat ja, weiß nicht, 150 Kilometer oder was entfernt gewohnt. Aber du warst schon mal verliebt, oder? Ich bin ein Mensch mit extremen Emotionen. Ja, natürlich war ich schon verliebt. Mehrmals sogar schon. Aber unglücklich ist dann eben. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, es gibt nicht wirklich unglücklich. Es gibt Liebe, die gut geht. Es gibt Liebe, die funktioniert und Liebe, die ins Nichts verläuft. Wirklich unglücklich würde ich sie nicht nennen, weil die Erfahrung ja einen trotzdem reifen lässt. Das gilt übrigens für alles, was Erfahrungen angeht. Jede Erfahrung lässt sich im Leben reifen. Deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, wenn du nochmal einmal zurückgehen könntest, dein Leben nochmal leben könntest, würdest du irgendwas ändern? Sage ich grundsätzlich und definitiv nein. Weil der Mensch, der ich jetzt bin, mit den Ansichten, die ich jetzt habe, die Ansichten, die ich jetzt verfolge und meine Gedanken, die ich jetzt habe, die ich in diesem Moment habe, die habe ich alle nur deswegen, weil ich das Leben geführt habe, das ich geführt habe. Weil ich die Eindrücke aufgenommen habe, die ich aufgenommen habe. Es gibt Sachen, die ich gerne geändert hätte, wie zum Beispiel mein Gewicht, was nach der Schulzeit ja zugenommen hat, weil ich keinen Sport mehr gemacht habe und nur noch Auto gefahren bin. Bis hin zu wirklich Liebe, Freundschaft, Beziehungen und sonstiges. Ich habe ja nicht viele Freunde, ich habe nur eine Handvoll Freunde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist mir auch weit lieber, weil ich bin eher ein Einzelgänger. Und die Handvoll Freunde, die ich habe, auf die kann ich mich dafür wenigstens verlassen. Aber die Sache ist ja, wenn du sagst, du würdest nichts ändern, dann sagst du ja, du bist zufrieden mit, oder du bist die beste Person, die du sein könntest, wenn du sagst, du würdest nichts ändern wollen. Also denkst du, dass du die beste Person bist, die du sein könntest? Für mich als Individuum, ja. Für die anderen Menschen um mich herum, nein. Weil da ist wieder die Sache, also ich denke, dass ich, also ich bin mit mir selber so weit zufrieden. Ich kenne meine Fehler, ich kenne meine Schwächen, ich kenne aber auch meine Stärken. Und ich bin mit dem zufrieden, was ich bin. Weil ich einfach denke, ich denke nicht, dass ich das, okay, warte, das ist blöd ausgedrückt. Ich denke nicht, ich denke nicht, dass ich der bestmöglichste Mensch bin, der ich sein kann. Weder für mich noch für andere. Ich denke einfach nur, dass ich der Mensch bin, der ich bin, einfach aufgrund der Tatsachen und Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ob jetzt der Mensch der Beste ist, der ich sein könnte, die besten möglichsten Wege, die ich geführt habe oder gehabt habe, das kann ich nicht sagen. Weil das einfach nicht, das geht einfach nicht. Ich kann jetzt sagen, das ist besser, weil ich kenne das Leben nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich zum Beispiel das Mädchen in der Schule, in die ich verliebt war, wirklich als Freundin gehabt hätte, mit der in Beziehung gekommen wäre und so weiter. Ob es glücklich ausgegangen wäre oder nicht glücklich, das weiß ich nicht, weil dadurch wären meine ganzen Handlungen, die ich danach getroffen habe, anders gelaufen. Und mein ganzes Leben wäre anders verlaufen. Das beste Beispiel ist ja der Butterfly-Effekt, wenn dir das was sagt. Ja, das sagt mir aus. Genau, und das ist der beste Effekt, das ist der beste Effekt, Quatsch. Das ist das beste Argument, was man dazu setzen kann. Wenn du in deinem Leben irgendwas änderst, du hast irgendein Mädchen geküsst, das heißt, du hast dir jetzt in der Entscheidung, die du jetzt triffst, nicht geküsst. Oder, okay, gehen wir mal von, ich bin schon wieder viel zu viel auf Romantik hier, äh, du bist auf der Arbeit und hast den Gabelstapler in die Wand gefahren. Und das ist die Entscheidung, die dafür gesorgt hat, dass du den Schein nicht machen willst oder den Schein schon hast und verloren hast oder sonst was. Hättest du jetzt aber das gewusst und hättest ihn nicht in die Wand gefahren, hättest du ihn behalten. Alle Entscheidungen danach, beruflich und so weiter, in diesem Fall jetzt, werden für dich anders ausgegangen, weil du den Schein noch behalten hast und eben auch entsprechend besser fährst oder dich besser vorsiehst oder sonst was. Das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, beurteilt, wer du bist später. Und es gibt zwar Sachen, die ich gerne ändern möchte, weil ich kenne, wie gesagt, meine Stärken und meine Schwächen. Ich habe zum Beispiel angefangen, Aragorn zu lesen. Das ist dafür ausschlaggebend gewesen, dass ich angefangen habe, Geschichten zu schreiben. Das ist dafür ausschlaggebend gewesen, dass ich angefangen habe, überhaupt zu lesen. Das ist ausschlaggebend dafür gewesen, dass ich mich für Literatur interessiert habe, wobei ich mich schon vorher für Shakespeare und so weiter interessiert habe, aber das nie gelesen habe, weil ich zu faul dafür war. Abgesehen davon ist Shakespeare relativ schwierig zu lesen. Ja, und lauter solche Sachen. Ja, also das ist eine Entscheidung. Ich habe mir damals das erste und das zweite als Hörbuch angehört und das hat mich so geflasht, dass ich mir das dritte gekauft habe. Ich habe mir noch nie in meinem Leben, damals natürlich, ich habe mir bis zu meinem damaligen Zeitpunkt im Leben noch nie in meinem Leben ein Buch gekauft. Das gab es nicht. Nicht einmal ein Manga. Gut, Manga habe ich mir sowieso erst viel später gekauft, weil ich nicht wusste, ob man sich die kaufen kann. Da gab es bei uns ja keinen Laden. Aber es gibt tatsächlich keine, es gab kein Buch, was ich mir davor gekauft habe. Nicht eins. Außer die, wo ich mir für die Schule kaufen musste. Und in die habe ich nicht reingeschaut. Also nicht daheim. Bist du ein glücklicher Mensch? Können das hier werden, sag mal. Fragen. Warum habe ich hier, warum habe ich hier das Gefühl, warum habe ich hier das Gefühl, dass hier gerade ein Interview geführt wird? Ne, kein Interview. Was? Ähm. Hallo, hallo. Hallo. Weil ich, ich sehe das halt alles, ich sehe mir deinen YouTube-Channel an und ich sehe mir die Kommentare an und ich sehe mir an, womit du täglich konfrontiert bist. Und da denke ich mal so, bist du glücklich? So, sowas halt eben. Du musst es nicht beantworten, wie gesagt. Nein, ich denke ernsthaft darüber nach gerade. Ähm. Hier ist auch meine Sonderheit wieder ausschlaggebend tatsächlich. Ähm. Bei wem höre ich mich hier doppelt? Hä? Ja, jetzt ist es weg. Ich wollte auch mal sagen, dass es ganz nett ist, dass man sich mit dir auch mal so unterhalten kann und das ist auch mal eine andere Seite von dir als Person zu erklären. Das hier ist meine Standardsache eigentlich. Das ist das, was ich gemeint habe. Ihr kennt mich einfach nicht. Ähm. Ja. So, so wie ich, so wie ich mich jetzt benehme, benehme ich mich normalerweise, wenn sich mein Gegenüber anständig verhält, immer. Das ist auch das, was ich meine, wenn man sich mir gegenüber, es gibt, ich glaube, das ist ja fränkisches Sprichwort, es gibt ein schönes Sprichwort hier bei uns in der Gegend. Das heißt, so wie du in den Wald hineinschreist, so schallt es auch wieder aus dem Wald heraus. Oder so ungefähr. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen anders ausgedrückt. Ja, das kenne ich. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Wenn du mich dumm anmachst und hier reinkommst und so und so und so, wie soll ich reagieren, bitte? Ganz auf die Frage. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ähm. Also glücklich ist so eine Sache. Ich finde, Glück ist eine momentane Situation. Es gibt Menschen, die sind dauerhaft glücklich, klar. Das jetzt. Hä, wer schreibt mich jetzt an? Ach, wartet mal. Nee. Hä? Hä, wer kann mich bitte hier anschreiben? Es hat doch gar keine Rechte, mich anzuschreiben. Achso, das ist ein Drachi. Ach, gut zu wissen. Ähm. Wo war ich jetzt gerade? Äh, Ding ist für mich... Äh, Quatsch, Ding. Werden jetzt eigentlich... Wie rede ich jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit? Welcher Name? Das ist der Tour for Life. Ah, dachte ich mir doch. Hi. Oh. So. Der hat gestreamt. Ähm. Moment. So. Ähm. Also. Ich denke, äh, dass glücklich sein ein Monument, ein momentaner Zustand ist. Also, du kannst, äh, für den Moment glücklich sein. Es gibt natürlich auch die Situation, dass du fürs Leben glücklich sein kannst. Aber auch da hast du halt immer wieder Momente, in denen du halt nicht glücklich bist, weil halt, keine Ahnung, dir fällt dein Frühstücksbrot runter oder du kannst ja nicht, du kannst nicht 24-7 glücklich sein. Das geht nicht. Ähm. Ich hab meine Probleme, genau wie jeder andere Mensch auch, ja, äh, meine sind vielleicht ein bisschen schwieriger als die von manchen oder, oder, oder weniger schlimm als die von anderen. Aber, ja, meine, meine Probleme sind halt meine Probleme und ich bin halt nicht dauerhaft glücklich. Du weißt schon, dass du gerade den gekriegt hast, dem du seine Frage beantwortest? Nein, ich bin noch hier. Nein. Deswegen hab ich... Scheint du? Nee, das war der Tastatur4Live. Deswegen hab ich vorher gefragt, wie er heißt, mit dem ich rede. Aber ich dachte auch an Tastatur... Also, ich hab schon gewusst, mit wem ich rede, aber ich wollte nochmal sicher gehen. Jo. Ähm. Mein Ding. Ähm. Ja, wie gesagt. Also, ich denke, alles in allem, weil man kann das ja auch global betrachten, ich würde sagen, alles in allem bin ich zufrieden mit meinem Leben. Glücklich. Ja, Zufriedenheit schließt Glück eigentlich mit ein. Also, ich bin, ich bin oft glücklicher, als ich sein müsste oder sein sollte. Und ich bin, äh, ja, also ich bin, alles in allem bin ich zufrieden mit meinem Leben. Ich bin glücklich in den Situationen, in denen ich glücklich sein kann oder sollte. Im Normalfall. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ja, ich verstehe. Ich weiß nicht, Luke. Was für eine Luke? Luke zu, es zieht. Ey, ich schlaf echt noch ein, wenn ich es so weitermache. Was? Ja, was? Das war aber nicht echt. Ja, wahrscheinlich Time Out, ne? Idle Time oder so. Lache. Eggtoden. Everybody connected. Ja, everybody connected. Da hat sich einer eingehackt. Aber danke auf jeden Fall. Das war nett mit dir zu reden. Danke dir. Hast du dir eigentlich mal Teamstreak, äh, Zusammenfassungen angeschaut? Wo im Netz kursieren? Hallo? Hi. Servus. Servus. Meitel? Meitel, oder? Ich glaube, die sind noch vor schon. Okay, jetzt ist er gebannt, aber warum konnte der gerade kicken? Oder bannen? Sehr komisch. All hit, Konzo. Okay, ich bin erst mal weg. Nein, nein. Schönen Abend, glaube ich, noch. Ich bin erst mal weg. Untertitelung des ZDF, 2020